Aber im Kern sehen wir auf ganz unterschiedlichen Ebenen einen Wandel in der Gesellschaft. Da geht es einerseits um einen Wertewandel, das heißt einerseits Mitarbeiter von Unternehmen und Organisationen, Kunden von Unternehmen wollen eine bestimmte Art von Produkten und Dienstleistungen haben, die fair, ökologisch nachhaltig, sozialverträglich etc. hergestellt sind. Ein vergleichbarer Wandel, was die Werte betrifft, sieht man auch auf Unternehmensseite. Es gibt auch in den Unternehmenskulturen Änderungen, was eben den Umgang mit Mitarbeitern, den Umgang mit der Umwelt betrifft. Wir haben in der Studie das Potenzial von Social Business in Österreich versucht, eine quantitative Schätzung zu erarbeiten. Wir haben dazu ganz unterschiedliche Datenquellen, die vorhanden waren, herangezogen. Auf Basis dieser Daten kommen wir auf ein Potenzial von in etwa 1.200 bis 2.000 Social Businesses, die es aktuell in Österreich bereits gibt. Und obwohl es dieses Potenzial gibt, ist der Begriff als solches noch nicht auch bei allen diesen Organisationen, die wir durchwegs als Social Business identifiziert hätten, angekommen. Also diese Social Businesses haben im Besonderen in der Startphase bestimmte Finanzierungsbedürfnisse, die in der Form nicht immer abgedeckt sind, wo es Potenzial gibt, das auch weiterzuentwickeln und zu verbessern, die entsprechenden Finanzierungsinstrumente dafür anzubieten und zu entwickeln. Was wir in Österreich beobachten, auch rund um das Thema Social Business, aber letztlich auch Social Entrepreneurship und Art verwandten Konzepten und Themen, ist, dass sich langsam aber doch auch ein Ökosystem, oder wie wir das nennen, ein Ökosystem herausbildet, das Unterstützungsangebote für diese Initiativen, für diese Social Businesses anbietet. Ich glaube aber auch, dass es noch mehr von solchen Plattformen braucht. Und da würde ich jedenfalls meinen, dass die AWS ein Player, eine Initiative sein kann, die einen großen Beitrag leisten kann, all diese Akteure, diese Stakeholder rund um das Thema Social Business einerseits zu vernetzen, aber auch einen Beitrag zu leisten, um Finanzierungsangebote anzubieten, um letztlich dieses Potenzial auch ausschöpfen zu können. Also was wir in der Studie zum Thema Social Business und das Potenzial von Social Business in Österreich gemacht haben, ist, wir haben so ein erstes gemeinsames Verständnis oder im Besonderen eine Arbeitsdefinition von Social Business erarbeitet, im Rückgriff auf den wissenschaftlichen Diskurs, ein Muss-Kriterium. Im Sozialen ist letztlich, dass die Zielsetzung eines Social Businesses, also das Organisationsziel, soll eine positive gesellschaftliche Wirkung sein oder hervorbringen. Darunter haben wir auch sowas wie Soll-Kriterien definiert. Auf der sozialen Seite, wenn man so will, dass auch die Kern-Stakeholder des Social Businesses oder dieser Organisation in irgendeiner Form von positiven sozialen Wirkungen profitieren sollen. Dass mindestens 50 Prozent über Markteinkünfte im Rahmen eines Social Business generiert werden, weil das bestimmte Effekte auch auf das unternehmerische Verhalten von Social Businesses hat, ist so ein Soll-Kriterium oder wäre das Soll-Kriterium auf der ökonomischen Seite dieser Arbeitsdefinition, dass letztlich auch eine Begrenzung der Gewinnausschüttung vorgesehen ist. Also um ein paar Beispiele zu bringen. Integrierte Social Businesses, wo die Zielgruppe quasi Teil der Mitarbeiter sind, da wäre ein Beispiel Rough Boards. Einerseits, auf der anderen Seite sowas wie Dialog im Dunkeln, also eine Ausstellung, bei der Blinde, Sehende durch eine verdunkelte Ausstellung führen. Und beim anderen Beispiel, nämlich integrierte Social Businesses, die bestimmte Produkte für Kunden, also die Zielgruppe sind, die Kunden anbieten, wäre zum Beispiel Helios. Die produzieren ein Wasserdesinfektions-Device, also ein Tool, das man auf Plastikflaschen geben kann. Ein Beispiel für differenzierte Social Businesses, die ein Querfinanzierungsmodell haben, wäre im internationalen Kontext die Arawind Eye Clinic. Das ist ein Spital, das spezialisiert ist, oder eine Spitalskette, die spezialisiert sind auf Augenoperationen, die diese Augenoperationen ganz normal als Privatklinik am Markt anbieten, aber dieselben Services zu einem vergünstigsten oder niedrigeren Preis oder sogar gratis an bedürftige Menschen weitergeben, anbieten etc. Für Sustainable Business, das würde ich als Beispiel anführen, Rita Bringt, also ein Catering-Unternehmen, das Dienstleistungen und Produkte anbietet, die bestimmte positive Wirkungen entfalten und das noch dazu auch ökologisch im Transport nachhaltig vertreiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.